Die Kriminalpolizei ist nach wie vor auf Hinweise angewiesen. Wir wissen nach wie vor nicht, was sich im Zeitraum am 16.10.2016 zwischen 2.40 Uhr in etwa bis 8.21 Uhr dem Auffinden des jungen Mädchens ereignet hat. Insofern sind wir nach wie vor auf Zeugenhinweise angewiesen, die unter Umständen etwas sagen können zu dem weißen Fahrrad, auf dem sich das Mädchen auf den Heimweg gemacht hat, das Mädchen selbst in irgendeiner Form wahrgenommen haben oder aber auch zu diesem herrenlosen Fahrrad, dessen Eigentümer oder Besitzer sich uns nach wie vor nicht erschließt. Dieses lila Fahrrad, das weiter östlich auf dem Dreisamenuferweg selbst stehend aufgefunden wurde. Insofern bitten wir nach wie vor Zeugen, sich mit uns, mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei Die Körbe Die Kстру Käste Die K militär